Ja. Das war heute mal so richtig die Sau raus, oder? Unter die Romanen bin ich gegangen. Ja, ey, pscht, pscht. Wir haben 2021. Hast du mal eine Rakete für mich? Ja, warte. Ey, aber warte, ich komme ins Dunkle. Ey, 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 eine reicht, eine reicht. Bei mir kam gar keine raus. Wo auch da sind die... Wow. Hey, super, du hast die tollen Funke. Willkommen zurück zu einem kleinen Let's-Test. Allzeit. Diesmal mit Verstärkung. Ja. Wir haben gerade schon mal ein bisschen... Ja, Pyromane-Kante. Wir haben gerade schon mal ein bisschen rumgeböllert. Wir spielen Pyroworks. Macht Spaß. Ja. Gucken, ob das vielleicht in Krieg ausartet. Au. Das wird garantiert noch ein Krieg aus Arten hier. Gucken, welcher Rechner zuerst. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass das Spiel nur dafür gemacht wurde, damit man sich beschießen kann. Hast du mir die Raketen geklaut? Nein, nein. Ich habe selber welche. Wo ist denn die Verpackung hier? Er fickt mich. Was ist das? Ja, heutzutage ist es schwer, an Raketen dran zu kommen, so. Ja, deswegen, ey. Deswegen hast du mir die auch geklaut. Ja. Schön auf dem Schmerzmack ansiegt. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Bam. Wir haben sogar die gleiche gehabt. Guck mal an. Ja, komisch. Guck mal, die schönen roten hier. Roten habe ich jetzt gerade auch in der Hand, ey. Ja, bestimmt Zweckling. Pass auf. Attention. Geht da. Guck bei dir runter, ey. Ja, macht nix. Ja, noch mal ne blaue. So ein Stiel hat noch keinen umgebracht, du. Mehr bleibt da ja nie mehr über heutzutage. Nö. So. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Äh. Ich wollte gerade sagen, ey. Das sah so lange aus bei mir, oder was? Ja, ein bisschen, also. Ein bisschen lange? Ja, als wenn du sie extra festhältst. So, aber letzte hier. Nö. Wieso habe ich denn schon die letzte? Letzte? Ja, irgendwie schon. Also wir zeigen hier genau auf, wie man das nicht macht mit dem Raketenstart. Aber wir haben... Schön aus der Hand lassen. Ja, aber wir haben keine Flasche gefunden. Was soll man machen, ne? Bei mir ist irgendwie Nebel in der Luft. Warum auch immer. Guck mal, was dir noch am... Den Zink 909 Blinker. Ja, genau. Ähm, ich, äh... Wollte jetzt mal so ein bisschen Funke testen. Ja, dann mach da Funke. Ich habe eine gespawnt, aber da kam keine gespawnt. Ich lasse trotzdem mal so ein Fink-Ding hier hoch. Geh einmal. Ja, lass mal hoch. Oh, da, jetzt sind jetzt... Äh. Ähm, äh. Aber das hat mir eine Ziege gemacht. Oh! Was ist das denn? Ja, irgendwas Fettes. Ja, was machst du denn da? Ja, das war eigentlich nicht. Jetzt kommt meine Rakete dazu, ey. Bei Seite mit dir. Oh! Alter. Krieg! Alter, was? WC-Crash incoming, ey. Mein Gott, ey. Ich spiele übrigens nur auf Medium. Anders wie jetzt hier. Verdammt! Äh. Das sieht schon verdammt gut aus, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, ey. Oh. Ich hab mich fast selber, quasi... Ey, ey, die Funken kommen auf mich drauf. Ey, willst du mich verbrennen? Ey, was passiert hier? Boah, 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 boah. Alter, Schwede. Gut, dass hier nichts brennbares ist. Das sah gut aus. Ja, die war schick, du. Bin auch irgendwie... Bin im Wald jetzt. So, ich, äh... Mach mal hier so eine kleine, ne? Mach mal eine kleine. Eine kleine. Damit wollen wir ein bisschen runterkommen. Guck mal. Puff! Puff, puff! Tüff, tüff! Wobei auch die nicht unbedingt klein ist, also... Nicht nachmachen! Ja, da müssen wir zwei Stück in Reihe hier. Genau. Ja. Lass mal richtig rattern da. Ja, ich mach jetzt. Fertig! Oh! Was ist das? Das... Heidewitzker! Das ist die Mega. Oh, da ist aber Druck hinter, du. Ja. Ich versuch mal, die andere auch noch zu zücken. Puch! Das ist aber... Das ist kein F2 mehr. Ich glaub schon. Das war, glaub ich, der F2 noch. Echt? Oder? Bei dem Abschuss hatte ich gedacht, du hast da irgendwie ein paar Mörser hingestellt. Nee, war F3. Äh, okay. Trotzdem noch verdammt fette Abschüsse, ey. Mein Gott. Ey, vier kommt gleich. Lass uns doch erst mal die Kleinen nehmen. Was hältst du denn davon? Äh, äh, das hört gar nicht mehr auf. Bevor meine Grafikkarte sich hier gleich grillt. Ja, meine auch. Ja, mei, ist das die 800-Schuss-Variante, oder was sagt er? Ich weiß nicht, was hier passiert. Was hast du denn da genommen? Das ist die Mega-Schusser. Ja, die Mega, ja. Steht drauf, ja. Mein Gott. Lass rein. Sag mal, stand da jemand mit Schusszahl, so? Äh, 400, 500. Ich weiß es nicht. Einer Witzker. 25. Ich dachte, er hat dann... Wow. Endlich. Okay. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja, mach mal. Dann nehm ich mal. So. Wo ist sie? Ein bisschen verwirrend hier. Kommt nix. Man, müssen wir nochmal hier. Also, mit dem Rausziehen ist irgendwie noch ein bisschen komisch. Aha. Äh. Aha. Der Böller hat schon. Ja. Wow. Oh. Von 12er-Verbund-Kant ist ein Rebell. Hahaha. Aber schönes Blaulub. Schön. Oh. Ich hoffe, wir haben keine Epileptiker unter uns. Was haben wir unter uns? Ich hoffe, wir haben keine Epileptiker unter uns. Ja. Das sieht verdammt gut aus. Oh. 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 Sehr nice. Also, da muss ich schon weiter weggehen hier. Hohohoch. Oioioioi. Oh. Respekt. Was ist das? In der Fontäne sollte das sein, aber ich hab die nicht aufgeschlagen. Okay. Wie kann man die denn hinstellen, richtig? So. Mit R drehen. Ah, so. Jetzt. Jetzt sieht es bestimmt gut aus. Oh. Oh, Mann, Mann. Der Krieg beginnt. Na, ist ja gar nicht. Gut zur Verteilung. Ja, hingestellt ist auch anders, ne? Mein Gott. Alter. Irgendwie mit dem Spawn, das haben die hier noch nicht so. Ja. Was ist denn? Aha. Wo ist denn das hier? Jetzt gespawnt. Das spawnt immer irgendwo. Wo? Boom. Ey. Alter. Warte. Da bin ich gekommen, sieh, ne? Ne. Ja, wir haben ja erst in letzter Sekunde weggeworfen. Macht man auch nicht, he? Am Boden legen und entzünden, bitte. Und drei Meter Abstand halten. Mindestens. Wo ist das? Ah, hier. Ah, du musst lange gedrückt halten, du. Äh. Wie ist das so halten? Oh, jo, oh, oh. Was machst du denn da jetzt? Ich hab einfach mal angemacht. Was ist denn da? Ey. Oh. Ich weiß nicht. Nicht gut. Der Dum-Dum-Boom-Single-Shot. Achso, okay. Warte, ich hab hier noch einen. Ui. Jao. Was ist das, ey? Sexy. Gott, das war jetzt so im Angebot, weißt du, oder? Hm. Oh, guck mal her. Guck dir dieses Paket an. Brass dir. Guck mal her. Wo? Da brauchst du ja zwei Tische für. Alter. So, mal alle Nachbarn wach machen hier. Boah. Ach, ja. Ui, ui. Geht schon auf den Ohren, Alter. Christian. Mein Gott, wie viel Schuss hat die denn? Mein Gott. Triff die Tür nicht, du. Ui, Frau. Boah. Ey, was? Boah, rip on alle Epileptiker, ey. Was? Ein Geschoss, ey. Das ist heftig. Du hast das Ding auch noch in der Hand, ey. Ja, ich hab halt mal eben weggeräumt. Also, ich find den Tisch hier ganz praktisch. Hm. Äh, ja. Ich hab da gleich noch eins Special-Ding. Also, das müssen wir haben. Ich such meine, ich such meine dicke Rakete, die hier. Du, ich, äh, ich nehm mal ein bisschen Lidl-Ware, ne? Mach mal Lidl-Ware, ja. Die ist jetzt nicht gespawnt, komischerweise. Die will er nicht. Ich sag ja, das ist voll verbuggt manchmal. Ja. Manchmal gespawnt hier. So. Attention. Ja. Okay. Sieht für Lidl gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, deswegen, ja. So, ich hau mal eine dazwischen. Bisschen farblos. Ja, hau dazwischen, hau alles da rein da. Genau. Wow. Wow. Oh, hau. Was machst du? Oh, 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 oh. Wo, wo? Alter. Was war das? Keine Ahnung, aber gesund war das nicht. Ja, ich mein, die Nachbarn sind halt in Lebensgefahr hier bei uns, glaub ich. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum wir die Einzigen auf der Straße sind. Ja, echt, das kann ich auch nicht verstehen. Will keiner rauskommen, haben alle Angst, ey. Komm, wir nehmen doch mal so eine schöne Funke-Batterie. Ja, mach mal. Aber was zündest du da? Ich war da. Vor allem, wo schießt du das hin? Boah. Ich seh nix. Wie du siehst ja nichts hinterm Hochhaus. Ne, hab ich nix gesehen, du. Warte, dann mach ich die nochmal gerade hoch. Ja, toll, wenn du die da in die Walachei schießt, ne? Ne, ich komm immer Angst, dass ich das Ding in die Fresse krieg. Das ist doch egal in dem Spiel. Das weiß ich ja nicht. Ich hab mein PC dann wieder abkackt. Wo hab ich die jetzt hin? Hier liegen lange da noch welche. Wo sind die dicken Dinger jetzt? Oh, irgendwie eine. Oh, zack. Geht auch nicht. Hä? Ja, irgendwie spawnt der auch irgendwie so jetzt nix mehr. Also, jetzt spawnt der die da hinten. Ah, hier. Hier. So, ich versuch's jetzt gerade. Na, 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 mach mal. Das zündet dir nicht mal's an. Ja, manchmal ist halt ein bisschen buggy. Ja, jetzt seh ich wat. Hey, ist klar. Ah, da müssen wir kontern. Müsstern wir kontern. Das sieht nur aus wie so Lenkraketen. Ja. Alter, Vater. Ja, damit bist du auf jeden Fall Sieger auf der Straße, also. Ich bring jetzt den König. Wenn ich den dann wieder finde. Aber wo denn überall hinspawnen lässt, ne? Ja. Also, irgendwie ist hat... Ja, der König, ey. Jetzt kommt's. Oh, oh. Oh. So. Beeindruckend. Groß. Absatz anflüssend. Schön grün. Willst du noch ein bisschen crackling, wa? Ja. Hey. Ich hoffe, ich soll es hören. Endlich crackling. Mein Gott. Wow. Best spec. Hör mal, was machst du denn da? Den Null erhöhten von der Autor. Oh, was ist das? Oh, neckig. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Yo. Wie hieß der König? Gegen zwei. Okay. Mhm. Da toppe ich dir noch. Was kommt jetzt? Der Ghost, mein. So. Wo sind sie her, Kante? Ja, ich seh. Oh, dort ist es hängt. Nein. Es hängt. Ich seh dich nicht mal mehr. Ja, aber es hängt bei mir. Warum muss es immer hängen bei mir? Ob er bei dir jetzt ja auch gar nicht hat. So. Ja, ja. Kann man auch schon fragen. Jetzt kannst du. Hau raus. So. Fertig für die totale Vernichtung. Ja. Wenn das Original getreu ist, sind das 600 Schuss. Okay. Nachfolge-Sendung verschieben sich um ca. 50 Minuten. Ja, zwei Stunden. Ja, da können wir noch mal eine zu stellen. Die ist ein bisschen lahmarschig, oder? Ja, ja, ich mach noch mal. Ja, genau, mach noch mal, Ari, die eine. Welche war das denn, du hast? Air Force One. Okay. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja, mach mal, Mann. Oe. Boah. Was machst du denn da, Ari? Wow. Das ist fucking braun. Ey, was ist ein Abschuss, ne? Ist ja schon. Jetzt. Ja, oh. Irgendwie kann ich nichts mehr spawnen lassen. Was war das? Ich weiß es nicht. Alter. Das Ding hört nicht mehr auf, ne? Richtig? Das Ding hört nicht mehr auf, ne? Das Ding hört nicht mehr auf, ne? Nur weil es Air Force One ist. Tja. Das Ding kommt jetzt her. Was ist das? Au, 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 au. Was ist das denn? Was ist das denn? Was passiert hier? Hey, die hab ich da mal richtig hingestellt. Was hast du denn gedacht? Hilfe! Alter! Heidewitzka! Und wo bist du? Hier hinten, hinter der anderen Nebelwand. Was war? Hey, hey, fängst du wieder an, fängst du wieder an! Au! Hilfe! Was? Was warst du? Oh mein Gott! Guck mal, die Wind ist doch langsam an den Pfad auf. Hammer get on! Mein Gott! Du stehst da wie der Satan! Ich hoffe, wir können reingehen, das hört nicht mehr auf! Das hört nicht mehr auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter Vater! Oh mein Gott! What the fuck, ey? Das ist immer doch der Koffer, ey! Sollen wir noch mehr? Ja, ja! Ich sag doch, 600 Schusser, das Ding! Aber die Schussfalle steigert sich, also! Ja, ist schon mal cool, ey! Ah. Ah. Echt! Und wie extrem. Nochsprach. Oh. What the fuck Das tut gut für die Ohren Alter Vater Also ich hab mir das Ding ja oft auf Video angeguckt Das ist schon heftig Das ist originalgetreu Ja deswegen, das ist ja geil Auch diese Fünffachabschüsse Also extrem gut gemacht Ich möchte nicht wissen, wie viel Schweine Arbeit Das Ding auf deiner Straße Dann hab ich hier aber alles stehen Und ein paar obdachlose Nachbarn vermutlich Ja und tote Hunde und tote Vögel Und alles mögliche, was man so damit Die Standardvorwürfe Ja Ich würde sagen, da haben wir zum Abschluss nochmal einen rausgehauen Das hat wahrscheinlich die Hälfte des Videos gefüllt Wahrscheinlich Na Jungs, also ihr müsst nur die Air Force One da hinstellen Dann habt ihr Feuerwerk Das reicht für 10 Minuten Das reicht Mehr braucht man da gar nicht 70 Kilo, das Ding steht hier Ja, könnte gut hin, ja Aber wir haben die Shells noch nicht getestet, ne? Doch, ich hatte, das war das eine Ding Ich kann nochmal eine zünden, aber warte mal Auch die in 10 Zoll Ja, das war die gerade Kannst du ruhig nochmal eine machen Ja, eine machen wir noch Komm her Ja Wohin ich denn meine ist Jetzt ist sie wieder woanders Oh Äh Wie packe ich die denn da? Hallo Oh, hier ist das Ding Es geht los Ähm Äh, du, äh Das war eine ganz schlechte Idee Ja What the fuck Ja Die muss man da schon hochschießen Aber Wie kriege ich das Ding da oben rein? Aber hier brennt nichts Das ist irgendwie unrealistisch Du, äh, ich komm da Der kippt immer oben Wo soll man den reinpacken? Ja, da In die Rohre eigentlich Da sind zwei Rohre ineinandergebackt Das Rohr hat keine Öffnung Das sieht aus wie so eine Bockwurst, Alter Ja Komm hier, steck rein in die Bockwurst Ey Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott Geh mit deiner Wurst weg Ja, okay Äh Kannst du das Ding da irgendwie reintun? Was ist das, ey? Was hast du da? Weiß ich nicht Boah Geht der da rein? Weiß ich nicht Passt nicht Wie geht das denn? Wie soll das denn funktionieren? Das is what she said Oh Gott Jetzt in die Sekunde oben überziehst du da Mein Gott So, weg da Ey Jo Öh Deine war auch nicht besser Ne Wir haben ein Problem Und davon haben wir noch welche Boah So, dat reicht jetzt aber Dat war der Pyro Wie heißt dat? PyroWorks? PyroWorks, ja PyroWorks Imulator quasi Gibt's kostenlos Alter Vater Ne, macht Spaß Also Die nächste Kriegssessions Die sind schon quasi angeplant Alles klar, Freunde Macht's gut Haut rein